Auch das Tröstliche am Tödlichen, die Materie, die Summenformel der ausgedehnten Genießens-Energiesubstanz wird nicht aufhören können, immer wieder kehren zu müssen in immer wieder neu zusammengeschöppelten Neukonfigurationen. Aber die Konfigurationen selber, ihr persönliches Erleben wird seine Ruhe finden, so wie alles in jedem Moment dann vorbei gewesen sein wird und kein Moment sich identisch wiederholt.